Jungs, ich glaube so eine Coolbox ist eine gute Idee. Teil 2 und ihr seht den fleißigsten Vlogger von allen. Es ist sau früh, wir wurden gerade geweckt. Aber das aus gutem Grund. Es gibt geiles Astronautenfrühstück. Trashy inspiziert den Joghurt. Ich versteh das nicht. Hier stehen Kirschen drauf. Und les ich hinten. Zutaten Joghurt. 5% Zucker, Erdbeeren, 15 Kirschen, 5% Pfirschen, 1% Maraglia. Aus Maraglia-Konzentrat. Aber hier steht Kirschen drauf. Schwarze Karotte. Ohne Witz. Schwarze Karotte. Schwarze Karotte. Wir haben gerade erkannt, das ist eine Legende hinten drauf. für alle Sorten. Achte mal. Da steht irgendwie so, weißt du, die drucken das einmal drauf. Und je nachdem, was du für den Joghurt hast, sind deine Sachen drin. Schwarze Karotte. Wie geht's auch mal? Ach, wie geil. Schwarze Karotte. Bestimmt, die Uhrzeitzeitraum eigentlich. Aber auch Vloggen um die Uhrzeit ist abartig, wo das ist alles? Ja, okay. Was anderes. Okay. Was in deinem Towel alles drin ist. Towel. Schwarze Karotte. Ja, aber ich habe schon die Überschrift für den heutigen Tag. Schwarze Karotte im Flugzeug. Ich möchte bitte, dass du Joghurt auf dir aufstammeln machst. Ich habe so viele Schiffe drin. Schwarze Karotte. Komische Perspektive geballert. Boah, Animation. Es ist so ein wunderschöner Sonnenaufgang tatsächlich. Und wir landen langsam. Mehr sieht man noch nicht tatsächlich. Und viele Sterne. Und wo landen wir gleich? In Namibia. Wie heißt die Stadt nochmal? Windhoek. Windhoek. War ich noch nie. Sehr smart. Ich bin sehr gespannt. Ihr wirklich nur vorne sieht ein schönes Flug überstanden. So, Epic People. Ihr seid in dem Moment mit dabei. Hier vorne. Schaut dir das an. Boah, Alter. Sieht das speziell aus. König mir leben, Alter. Ah, das ist genial. Und Ys schämt sich jetzt schon, Alter. Ys denkt sich jetzt schon. Was habe ich für eine Truppe mitgenommen? Warum habe ich ihn mitgenommen? Warum habe ich ihn mitgenommen? Warum habe ich ihn mitgenommen? Stereotype. YouTubers in Action. Kommt's nicht an. Ja, wir hatten einen super Flug. Also man hat das nicht wirklich gemerkt, die Zeit. Was ein bisschen witzig war, war so, um... 4.15 Uhr oder so, gingen dann die Lichter an. Und die haben uns geweckt, weil es dann Frühstück gab. Aber gut, wir sind jetzt auch hier um 6 Uhr gelandet. Die lassen einen natürlich nicht ohne Versorgung hier raus. Ja, aber Flug war angenehm, oder? Ja, da wissen wir es wirklich. Wir sind in Afrika. Ja. Wir stehen hier jetzt gerade. Wir stehen auf afrikanischem Boden. Willkommen, everybody. Wir sind hier in Wintoukia, at the Oseo-Kotaku Airport. Wir willkommen you to Namibia. It's a very beautiful country. Sometimes it gets cold, but during the day it's very warm. Schade, dass wir kein Pärchen sind. Jetzt hat It's Vater uns abgeholt. Und zwar mit diesem Mobil. Und das ist auch der VW, mit dem wir weite Strecken zurücklegen werden. Wir sind gerade bei Ys angekommen, haben die Autos insfiziert. Und hier, oh, der schöne Garten. Und das bei, ich glaube, 320 Tagen Sonne im Jahr. Der Ys kann es euch genau sagen. Hier seht ihr auch den offiziellen Hashtag RoadtripNamibia. Ich habe euch ein kleines Welcome-Geschenk für Namibia vorbereitet, damit ihr euch richtig zu Hause fühlt. Nächste von euch. Oh, sogar mit Namen, geil. Mal gucken, was da drin sein wird. Was wird da wohl drin sein? Was wird da wohl drin sein? Ich weiß, ich darf es nicht verraten. Darf es nicht verraten? Dann muss ich reingucken. Ah, was. Wollen wir es sehen? Oh, wie cool. Guck mal, hast du schon den Schlüsselanhänger gesehen? Das waren noch nicht alles. Und ein Fonet. Da ist sogar Geld drin. Wie von meiner Oma. Wie von meiner Oma. Der Ys hat uns eine Welcome-Telefonkarte gegeben. Und einen Schlüsselanhänger. Ich glaube, das ist die Basis-Ausstattung, was man erstmal braucht. Das ist wirklich. Das ist irgendwann mal ein Poppen-Nägel geschenkt. Unglaublich. Mit Geld auch noch. Auch noch für mich. Mach mich fertig. Also... Also... Ich kann sagen, was du willst. Und dann kommt die wahre Farbe raus. Guck mal, wie geil die aussehen. Killer. Bei mir gibt es nur Bilder ohne Filter. So sah das eben aus. Und man sieht da oben die Sterne. Und wenn man draufklickt, kann man genau sehen, wer wer ist. Mr. Trashback ist zum Beispiel der Horizont. Ys ist das Flugzeug, weil er uns hier durch das Land trägt. Michael Schuld ist die Laterne. Das hat alles seinen Sinn. Folgt mal bei Instagram. Ey, ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir in Afrika sind. Eine kleinere Autofahrt weiter und wir haben unsere Casa Piccolo erreicht. Wo wir jetzt erstmal einen checken und von dann die Stadt erkunden. Ich muss mich ernsthaft rasieren. Mit Shampoo. Ich rasiere dich. Aber du kannst tatsächlich Rasierer und Rasierschaum dabei. Wenn wir uns hier ein bisschen umschauen, ne? Ihr seht auf jeden Fall, dass wir hier die Stranger sind. Und das ist mal auf jeden Fall ein ganz interessantes Gefühl, wenn du auf einmal derjenige bist, der angeguckt wird, der einfach anders ist. Das habe ich so noch nicht erlebt. Und wie ihr hier seht, wir sind anders als die anderen. Aber die Leute sind saucool, super friendly. So, ich bin jetzt gerade ein bisschen abseits von den Jungs, weil ich habe gerade ein Tweet bekommen von einer Redakteurin von BBC World Radio. Und sie möchte gerne mit mir ein Interview machen wegen dem Song mit offenen Armen. Wir gehen jetzt Zeltutensilien kaufen. Aber wir brauchen auf jeden Fall so einen singenden Fisch, der so schon wie der Montag ist der Flashback. Wie man selbst programmieren kann, Ja. Ah, ich bin der Street Fighter. Yo, das Leben geht immer weiter. Kriegst du den Flashback? Ist es der Trashback? Da ist es der Trashback? Nein, der ist der Trashback. Ne, der ist der Trashback. Und jetzt ist der Trashback. so eine Coolbox ist eine gute Idee. Where did I come from? Where did I go? Where did I come from? Where did I go? Super Toy Race. Hier solche cool Elemente brauchen wir. Die anderen machen einen auf Shopping Queen Namibia. Kriegen keine Ruhe, bis alles ausgegeben ist. Wir haben jetzt 20 Minuten und müssen 500 Bucks ausgeben. Und Michael filmt mich. Also um ganz ehrlich zu sein, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein wird zu zelten. Das letzte Mal zelten war ich, als ich bei den Pfadfindern war. Und da war ich so klein. Mit Hut. Aber ich denke, zelten ist cool. So nah bei der Natur sein, das ist das, was ich mir jetzt vorstelle. Und da land like pieces of ashes. Das ist mir, acid. Massive crashes, wenn ich speed. Massive acid. Go mess your time stints. Slammer. Get them on a freestyle session. On Seamark. The one that's haven't rapped ever since birth. Now I've been making headlines before they got the nerve. To rock up on the mic, talking about the turf. While they was playing games, I was playing girls. I'm so excited. I'm so excited. And you just can't hide it. I know, I know, I know, I know. I want you. I want you. I want you. I want you. We have now a whole room full of stuff, which we need for our trip in the jungle, in the woods. Yes, I know, it's too late. But I won't need that way. There's a choice we make it. There's a choice we make it. We make it our own life. It's true. We make a better day. Okay, bye. Rude. See you and me, yun, 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 yun. See you and me, yun, yinn. Have you ever been back at the Picasso Piccolo? When we just got filled on, I've gotten myself finished and new dress. Mr Trashbag is filling in the background! It's fitting, perhaps you can hear and not see, but not see and do, of course. vorstellen könnt. Wir fahren jetzt zu so einem, ich weiß gar nicht genau was es ist, Motor Jump BMX Stunt Event. Ich bin ganz gespannt. Wir fahren jetzt nach Gästefarm in Liesenheim. Da ist ein Motocross, irgendwas mit Motorräder Jumps und sowas ist da. Und das ist die Farm von meinem besten Freund. Und wenn man Connections hat, dann geht man natürlich da hin. Ich bin immer noch unterwegs. Es gibt kein Ort, an dem ich fang bei. Es gibt noch viel zu vieles zu sehen.